So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es die Zusammenfassung des Livestreams und eine weitere Folge des Mod-Projektes, was ich gerade aktuell spiele. Viele fanden den Namen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ich hab's einfach das ultimative Mod-Pack benannt, weil hier einfach alles drin ist. Und ich hätte es auch anders nennen können, ich hätte es auch das Dreck-Block-Mod-Pack nennen können oder Dreck-Block-Farm-Folge 1 oder so, aber also wegen den Erdblöcken, die das rumstampfen, aber ich weiß nicht, das fand ich irgendwie als passendere Name. Denn hier ist trotz allem ziemlich möglich alles drin und wir sind auch heftig am Eskalieren. Und deswegen, finde ich, ist der Name okay. Dann, ja, würde ich auch schon sagen, fangen wir an mit der Folge, beziehungsweise der Zusammenfassung, was haben wir denn gemacht im Livestream und so weiter und so fort. Wir haben uns darum gekümmert, in Applied Engistics das ME-System anzufangen und loszulegen und es ist eigentlich auch schon bereit. Wir waren so weitestgehend fertig, dass wir alle wichtigen Teile, die wir brauchen, fertig haben. Und dazu habe ich schon mal alles Mögliche bereitgelegt. Wir haben das ME-Terminal, wir haben die 4KME-Storage-Cell, eine 1KME-Storage-Cell, den Drive, wir haben Energy-Acceptor und auch die Kabel. Kleine Sache nach dem Stream habe ich noch gemacht, nämlich, ich habe ein wenig die Energieversorgung versucht zu optimieren, nämlich das zu automatisieren, dass ständig Energie rausgeschoben wird und wieder reingezogen wird, ohne dass den Hebel selbst umlegt. Mit der Hilfe einer automatischen Glock hier oben, die einfach immer umschaltet, also ein Hopper-Glock, wenn hier das abgelaufen ist, dann haut der Generator Energie raus. Und wenn es wieder zurückläuft, so lange lebt es wieder auf. Also dazu noch eine kleine Energy-Cell, da praktisch dazwischen geschmissen, die hat 2 Millionen F, die sie speichern kann. Auf eine Million ist schon hoch und damit wir eigentlich da oft Strom haben. Was ich nur vermute, ist folgendes, dass es für das ME-System nicht auf Dauer reicht, wir müssen energietechnisch was tun, aber dafür brauchen wir auch mehr Ressourcen oder anderem und da können wir uns auch nochmal später drum. Zunächst erstmal, genau, 2 Einstellungen habe ich noch gemacht, nämlich, ich kann mich jetzt mit dem Morph ins Bett reinlegen. Das ist nämlich doof gewesen, jedes Mal zurück zum Morph, das ist einfach nur nervig. Und ich verliere den Morph auch nicht mehr, wenn ich sterben sollte. Außerdem habe ich Mob-Creeping auf Forze gestellt, denn dieses Creeper sich anschleichen, einfach mal die ganze Basis zerbomben, das ist übelst nervig. Und der Witz des spontanen Explosions ist eigentlich auch schon ziemlich alt. Deswegen habe ich das an der Stelle mal ausgestellt. Die machen mir natürlich noch Schaden, alles klar, aber die zerstören halt eben nicht mehr die Basis hier, oder die Kiste, wie es schon mal passiert ist. Das ist, ich finde es einfach sinnlos, dass du einfach da hinrennen musst und jedes Mal wieder aufbauen musst und so. Deswegen für das erstes aus, falls du es später mal brauchen, kannst du wieder einschalten, aber ja, erstmal nur damit hier nicht ständig was in die Luft liegt und das ist halt mehr nervig als lustig. Gut, dann, ja, für diese Folge, ich habe nochmal was Kleines vorbereitet. Ich habe einerseits nochmal Wege gezogen und ich habe hier hinten zwei Felder angelegt, denn wir werden Magic Crops arbeiten müssen, das Ganze auch automatisieren müssen, um an Ressourcenrand zu kommen. Aber, wir fangen jetzt mal an mit dem ME-System und dazu habe ich die Energieversorgung einmal von hier hinten durch die Erde nach hier drüben gezogen und hier oben ist dann praktisch der Anschluss. Und da würde ich einfach mal sagen, bappe ich das Ding mal dran und dann legen wir los und bauen unsere Geschichte. Da nehme ich davon ein Kabel dran, dann den Drive, die Seite, hier kommen die Storage Cells rein, einmal eine 4K, einmal eine 1K und dann können wir so ein kleines bisschen, bam, hier den Terminal dran machen. Ich mache ihn einfach mal auf Augenhöhe, klar, ich bin eine Fledermaus, ist jetzt nicht so wirklich Augenhöhe und ja, theoretisch sollten wir jetzt drauf zugreifen können. Und yes, wir haben ein ME-System, wo wir Sachen einlagern können. Danke, wunderbar. Da müssen wir noch ein Crafting-Terminal draus machen, ist ja nicht ganz so günstig. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, Problem ist nur, dass wenn die Energie allzu drastisch runtergeht. Okay, man steigt, weil er sich gerade entlädt, aber auch nicht allzu stark. Ich brauche Strom. Wenn der Saft weg ist, dann ist E-Feier und der lädt sich recht langsamer auf. Ja, das im E-System frisst viel und deswegen muss ich da ein klein wenig gucken. Zumindest den Punkt haben wir abgehackt für das Questbuch. Allerdings haben wir diesen Punkt noch nicht ganz abgehackt, denn mir fehlen noch einige kleine Dinge. Und zwar brauchen wir ShopQuests Open für das ME-System, um das vollständig abzuhaken. Also an der 4K, ME-Search, der kann ich selbst nochmal manual detecten. Aber wir brauchen einen ME-Controller und einen ME-Crafting-Terminal und die Dinger sind halt ein bisschen teurer zu machen. Deswegen habe ich hier nochmal, um das Ganze zu beschleunigen, Crystal Grove-Dingens drangehauen. Funktioniert das hier? Also man hat mir gesagt, es soll hier an das Ding dran, an die Kabel vom ME-Dings. Und dann würden diese Kristalle sich beschleunigen. Scheint gerade irgendwie nicht so zu sein. Denn, also man könne, wie gesagt, ein Kristall noch weiter züchten und bla bla bla. Das Ding scheint nicht zu funktionieren. Wie das Teil funktioniert, weiß man nicht. Muss mir nochmal angucken. Nichtsdestotrotz, das Erste ist okay. Dann könnte ich fast Zeug reinlegen. Möchte ich aber noch nicht ganz, denn die Energie wird langsam immer heftig weniger. Und ich weiß nicht, ob ich den Geeraushalt halten kann. Ich versuche jetzt erstmal hier nichts zu pulverisen, gar nichts zu machen. Und ich schaue einfach mal, während das ME-System jetzt angeschlossen ist, also hier ist alles voll. Und ich schaue jetzt einfach mal, ob wir es schaffen, während der Folge, beziehungsweise wenn ich jetzt aufnehme, die eine Million Energie zu halten. Wenn das geht, dann benutze ich das System. Wenn nicht, dann lasse ich es erstmal noch lieber. Dafür haben wir noch eine andere Geschichte am Start. Zunächst erstmal, das Zeug kann ich hier wieder raustun. Das brauche ich gerade erstmal nicht. Ich muss herausfinden, dass eh das funktioniert. Ich war nochmal zwischenzeitlich ein kleines bisschen gefarmt. Das heißt, ich habe bei Dioskult da, also ein bisschen gefarmt, einfach ganze Zeit Erzonen. Die Minenschächte unten sind jetzt ziemlich groß geworden. Und da kann ich hier ein bisschen mal Zeug durchschmelzen und keine Ahnung was zu machen. Und der Plan war auch noch, denn unter dem Thema Magie hier hatten wir folgendes. Unter dem Magie-Reiter, Ayo Wizard, können wir auch mal die Quests angucken, gibt es auch die Magical Crops. Und die sind halt noch auf einer anderen Version, als wie ihr es aus Sky Factory kennt. Deswegen müssen wir auch noch ein bisschen in uns reinlesen. Brauchen alle Infusion Stones und Essence Dusts. Und die werde ich mir gerade mal einkassieren. Und wir werden da versuchen, ein bisschen voranzukommen. Die Essence Dusts habe ich alle hier. Und ich weiß, doch es wird eventuell gleich ein bisschen teuer. Gut. Die habe ich auch schon gefarmt, auch die ganze Zeit, wenn ich immer unterwegs bin. Mal schön was mitgenommen. Und ich habe hier auch solche Essence Seeds. Die werden wir, glaube ich, auch brauchen. Beziehungsweise, was wir jetzt auch machen sollten, ist unter anderem eine Watering Can. Ich weiß, die kennt ihr. Keine Sorge, das langweilige Zeug werde ich dann irgendwie off-screen oder so machen. Aber die brauchen wir trotz allem noch für die ganze Geschichte. Gleich so ein Watering Can von X-Retilities hier. Empty. Müssen wir uns eine leere machen. Oh, geht das auch hier mit? Egal, jetzt habe ich es damit gemacht. Kostet vier Eisen, aber egal. So, kann ich am Hof laden. Und da habe ich hier meine Watering Can. Schön. Wie funktioniert das System mit den Magical Crops? Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen anders. Erinnert mich so ein kleines bisschen an Skytech damals noch. Da war das ein bisschen anders. Wir haben auch keine Zivikio und Kruzio und sonst was Essenzen, sondern wir haben die ganz, ganz alten Magical Crops Essenzen, so wie es aussieht. Beziehungsweise auch nur eine Art von Rüstung, die wir uns dadurch machen können. Und ja, das Ziel ist es jetzt erstmal anzufangen mit diesen Infusion Stones. Der Weak Infusion Stone braucht einen Diamant und außenrum Essenzen. Und die sollten wir doch auf jeden Fall kriegen. Kann man jetzt einen Diamant. Und dann craften wir das Ding einfach mal zusammen. Das da rein. Und außenrum die Essenzen. Schön. Wir haben einen Weak Infusion Stone. Für den Regular Infusion Stone müssen wir die erste Art von Pflanzen machen und den normalen Upgrade mit diesen entsprechenden Essenzen. Und dazu würde ich sagen, machen wir uns erstmal Kohlepflanzen. Kohlepflanzen sind nicht schlecht. Brauchen wir Weak Essences. Seeds in der Mitte und außen Kohlen. Diese Weak Essences kriegen wir, indem wir diesen normalen Stein nehmen und außenrum dann die Essenzdusts platzieren. Und dazu machen wir kurz hier das da. Und ich hau dann einfach mal so 16 Stück durch. Die nutzen sich interessanterweise auch nicht ab. Ich habe übrigens noch im Kopf, dass sie sich abnutzen. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Dann brauche ich ganz normale Seeds. Die habe ich an der Stelle auch schon. Und können auch hier oben eventuell da ein bisschen Kohle nehmen. So, drei, vier. Und dann können wir uns einmal diesen Kohleseed machen. Bam. Reinlegen. Zack. Hätten wir auch schon. Gut. Die Sache, die jetzt halt noch eventuell ein bisschen fehlt, ist folgende. Ich habe dazu nochmal ein kleines bisschen Lapis mitgenommen. Denn ich versuche mal, die Seeds zu vervielfältigen, indem ich mit einer Madhoc da versuche, Glück drauf zu kriegen und dann die Dinge abbauen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich weiß, es ist nicht ganz... Ähm... Ja. Es sollte funktionieren. Also in Sky Factory ist es so. Aber... Oh, Lack haben wir auch schon tatsächlich drauf. Ich glaube, das schickt schon Lack 1. In der Hoffnung, das reicht aus, um die Seeds generell zu vervielfältigen. Das werde ich jetzt austesten gleich. Und dazu holen wir uns hier mal einfach den ersten Kohleseed hin. Bam, bam. Und die... Okay, die machen auch keinen Schaden, wenn man so weg geht. Das ist schon mal schön. Ja. So ein kleines bisschen hier halt gießen. Und diesen Prozess beschleunige ich. Ich teste ein bisschen aus und wir sehen uns gleich nach einem kurzen Schnitt. Das scheint schon mal extrem super zu funktionieren, denn ich habe die vervielfältigen können. Auch schon mit einer normalen Lack 1. Das reicht vollkommen aus. Ich habe auch neun von denen jetzt gemacht. Den sind auf Max-Stufe und habe mir ein bisschen Kohleszenzen dadurch erfarmt, weil immer einfach hochgezüchtet und abgebaut. Und dann können wir eigentlich auch schon eventuell unseren Infusion Stone upgraden, indem wir einfach hier den in die Mitte legen und dann hier auch so ein Essenzen schmeißen. Dann kriegen wir einen neuen raus. Den alten dürfen wir natürlich noch behalten, denn das ist so ein bisschen die Steinhierarchie. Okay. So, mit dem Regular Infusion Stone können wir dann wieder andere Dinge tun, so wie es aussieht. Zunächst erstmal, eventuell sollte ich vielleicht ein bisschen Lapis zurücktun, denn das ist hier ein bisschen Fiebers mit mir umschleff. Das brauche ich erstmal nicht. Wir können mal gucken, welche Arten von Seeds wir jetzt trotz allem noch machen können mit dem Regular Infusion Stone, beziehungsweise diesen anderen Essenzen. Denn von den Weak-Essenzen muss ich, glaube ich, noch ein weiteres bisschen upgraden. Das mache ich gleich im Anschluss nochmal, damit wir hier ein bisschen genug haben von. Denn die anderen oder höherstufigen sind auch teurer. So, aus dem Regular Infusion Stone können wir dann diese mittleren machen und aus den mittleren können wir dann mittlere Pflanzen züchten. Zum Beispiel die Redstone Pflanze oder Glowstone oder Obsidian. Welche nehmen wir dann mal? Ich würde sagen, die Redstone Pflanze, die bräuchten wir. Und der Redstone Seed, das heißt, diese, ja, der braucht die mittleren Essenzen. Deswegen die hier rein, plus einmal außenrum. Ich glaube, wir brauchen vier Stück davon jeweils. Also einmal rumziehen, vier Stück. Und damit müssten wir jetzt eigentlich auch schon die Redstone Essenzen hinkriegen. Dann habe ich hier irgendwo ein bisschen Redstone noch einstecken. Ja, habe ich. Das heißt, hier hingehen oder bam. Und wir haben einen von den Redstone Seeds. Und der kommt jetzt mit dazu. Und davon brauchen wir nämlich auch ein kleines bisschen was. Wir müssen so ein bisschen hier am Platz machen nebenbei. Dass alles schön noch weiter aussieht. Und den zwingen wir auch hoch. Und wir machen ein ganzes Feld ebenfalls so hier mit voll. Also, ja, so ein neues Stück. Schicken wir anfang. Okay, bis gleich. Scheint soweit ganz gut zu klappen. Ich brauche immer nur ein kleines bisschen, bis die hochgezuhalten sind. Und es dauert auch echt so zehn Minuten, bis ich hier so ein paar Dinger zusammen habe. Die wollen sich nicht immer vervielfältigen, wenn ich es gerade brauche oder so. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ein paar von denen zusammenbekommen. Und wir haben auch vergleichsweise hier. Ich hatte 18 Kohle Essenzen, aber von Redstone habe ich hier 47 gleich schon gekriegt. Weil ich es so lange gebraucht habe, die jetzt hier jetzt vervielfältigen. Naja. Macht nichts. Wir haben jedenfalls die nächste Stufe fertig. Und mit diesen Redstone Essenzen können wir auch schon den nächsten Stein uns holen. Standardweisen oder so. Nee, nicht wirklich. Den Strong Infusion Stone. Und damit können wir auch wieder jede Menge Zeug jetzt hochleveln. Bisschen Schott hier rauswerfen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und wir müssen auch wieder die nächste Stufe der Seeds machen. Da bin ich hier so ein kleines bisschen nochmal von den Weak Essenzen machen. Und da nochmal Weak Essenzen. Zack. Das darf ein bisschen was haben. Dann die mittleren. So vielleicht mal. Ja, 16. Und dann können wir mit den nächsten, den Strongs, können wir die Starken machen. Und die sind natürlich teuer. Vier Stück brauchen wir, damit wir die nächste Stufe machen können von den Items. Und wir haben jetzt hier den Regular Strong Infusion Stone. Und diesen können wir upgraden, indem wir Eisen Crops untereinander benutzen. Oder Gold. Oder Blaze. Ender Experience. Lapis. Nether. Creeper. Cowl. Okay, ist jetzt nicht so mein Fall. Skeleton. Magma Dings. Boah. War Gas drin. Ich würde sagen, wir nehmen mal Eisen, weil wir das sowieso brauchen. Und für die Eisen Seeds. Wo sind die Aluminium Seeds? Sertus Quartz Seeds. Wo haben die Eisen Seeds? Iron Seeds. Wahrscheinlich die hier, genau. Brauchen wir Eisen, normale Seeds. Und alter, das ist natürlich recht teuer, ne? Gut, holen wir das hier mal rein. Ich müsste eigentlich Eisen und Seeds nur dabei haben. Seeds sind... Arsch teuer. Und damit haben wir die Eisen Seeds auch schon. Und damit brauchen wir jetzt auch nochmal das komplette Eisen Paket. Und das kriegen wir, indem wir es auch wieder hochzüchten. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach einem kurzen Schnitt. Und da haben wir auch schon die Eisen Seeds fertig. Das Problem ist jetzt nur wahrscheinlich, dass die nächst höherstufigen Geschichten ein bisschen zu teuer sind, glaube ich. Zunächst erstmal hier den Strong Infusion Stone. Und hier auch wieder 49 Eisen Essenzen. Einmal reingauen, dann kriegen wir den Extreme Infusion Stone. Ja, Level eben hoch. Und damit brauchen wir halt noch den Ultimativen jetzt danach. Und da ist halt ein bisschen, ne? Bisschen aufwendig. Ah, nee, warte mal kurz. Ah, nee, nee, nee. Warte, 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 warte. Dia Essenzen brauche ich dafür. Oder Emerald Essenzen. Und das sind eben die höchsten Stufen. Und für die Dia Seeds, das sind die hier, ne? Ja, dann brauchen wir die Extreme Essenzes. Und das ist verdammt teuer. Ja, denn... Ja, ich glaube, ich habe dafür nicht genug Essenzlast übrig. Nö, habe ich nicht. Essenzlast ist finito. Apropos, wie sagt, was sagt nämlich das Ding hier? Es bleibt auf 1,1 Millionen stehen. Das heißt, eventuell können wir anfangen, das System zu benutzen. Das hört sich gut an. Da tue ich mal ein bisschen was an Zeug raus. Was wir halt einfach gerade nicht mehr brauchen. Raus, raus, raus. Back, behalte ich gerade nochmal. Und ja, Essenz sieht es eventuell. Dadurch können wir uns Essenzlast züchten. Aber ich weiß nicht, ob das so effektiv halt ist, wenn man das hier holen. Wahrscheinlich muss ein kleines bisschen Farben gehen. Aber ich gucke einfach mal, was ich zusammenkratzen kann. Wir haben mithilfe unserer Essenzen nicht mehr so viele Chancen, leider. So, ich mache hier mal kurz einmal komplett außenrum. Ja, die 5 vernachlässige ich jetzt einfach mal in unserer Berechnung. Dann können wir hier mittlere draus machen. Ne, warte, falsche Stein. Da, das waren die mittleren. Und das geht nicht gut aus, so wie ich das vermute. Ja, wir können zwei große machen. Wir brauchen aber mehr. Viel, 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 viel mehr. Und das heißt im Klartext, ich muss ein bisschen Farben noch, bis das vonstatten geht. Okay, nichtsdestotrotz haben wir aber trotzdem einiges in der Folge geschafft. Eventuell kann ich dann jetzt irgendwann demnächst nochmal hier die ganzen Sachen umlagern, ins ME-System und so weiter. Und sofort, damit das hier alles taco-mäßig läuft. Vielleicht noch einen Generator oder so mit anschließen. Und dann sieht man sich auch schon im nächsten. Ich hoffe, die Folge war interessant. Wir kommen vorwärts, bauen sie langsam in die Felder auf und fangen an zu automatisieren. Und dann, ja, bis demnächst. Das Krachen. Und tschüss.